Das ist es. Guck dir das an. Nicht so aufgeregt. Ich halte hier, dann sieht er mich nicht. Verdienen wir was. Nur Komplimente. Die erste Regel, Lob fürs Auto. Sie sollen denken, sie könnten uns schlagen. Schönes Auto. Danke. Welches Baujahr? 79. Sie können stolz sein. Ist er schnell? Ziemlich. Schneller als der alte VW? Er ist wie der große Bruder vom VW. Das ist sein Opa, den sollte er schaffen. Für 100 Dollar? Fährt er denn? Keine Ahnung, vielleicht nicht. 100? Wofür? Gibt's hier was, wo wir das klären können? Eine Achtelmeile Beton? Jetzt? Ja, jetzt. Ich weiß wo. Wir folgen Ihnen. Okay, Mann. Okay, toll. Fisch auf, Mann. Fisch auf! Das erste Rennen außerhalb, gegen einen Typen, den ich nicht kenne, in einem Auto, das ich nicht kenne. Mein Kumpel startet. Ich bin nervös. Ich will nicht lieben. Das war krass. Den haben wir einfach stehen lassen. Ich war unsicher, aber es liegt mir noch im Blut. Er hat's drauf. Danke. Lust auf mehr? Immer. Mein Kumpel hat eine Lambo. Wir können keinen Lambo schlagen. Kommt schon. Was für einer? Gallardo. Let's do it. Für ein Rennen sind wir immer zu haben. Ich hab hier zwei Jungs mit nem heißen kleinen VW. Sie wollen fahren und sie haben Bargeld. Okay, bis gleich. Er ist gleich hier, in zehn Minuten. Lamborghini Gallardo? Ob der Käfer so ein super Auto schafft? Wir werden es gleich sehen. Was für ein Teil. Ihr wollt um Geld fahren? Wir wollen fahren. Sie haben hier schon 100 abgenommen. Doppelt oder nichts? Doppelt oder nichts ist gut für uns. Doppelt oder nichts, ich starte. Mit der Lampe. Ich sehe sie in deiner Carrera-Brille. Wenn du Egos fischen gehst, kommst du nicht mit leeren Händen heim. Mach sie platt. Das ist ein tolles Auto. Das ist ein tolles Auto. Danke für das Rennen. Noch eins? Dreifach oder nichts? Wer macht denn sowas? Nochmal damit? Ich hab ein Allrad-Sechszylinder. Ihr könnt es euch zeigen. Was denn? Nissan GTR. Gutes Auto. Ihr habt ein Lamborghini geschlagen. Ich wär dabei. Wir sehen, was passiert. Wir machen es. Dreifach oder nichts? Okay. Jetzt geht es gegen ein Nissan GTR. Schweres Auto mit Traktionskontrolle. Der zieht gut. Das sind die Sachen gut. Ich weiß nicht, was das GTR-R fahren. Der Blitz hat schon zweimal eingeschlagen. Wir fordern unser Glück heraus. Ich würde mich fragen, was zu viel. Schön, dass du dich kennst. Schön, dass du dich kennst. Leute, es regnet sich schnell. Los geht's. Ja, los. 600. Okay, los. Hand drauf. Okay, cool. Los geht's. Ich fühle mich nicht so gut. Ich fühle mich nicht so gut. Es regnet sich überall Schotter auf der Straße. Vielleicht verlässt uns das Glück. Das ist das Glück, wo unsere Glück läuft. 3 von 3, besser geht's nicht.